Nein, bitte, eh. Hallo. Ich trinke sie gar nicht aus. Ja, ist ja gut. Entspann dich doch mal ein. Ich schaue das. Alter, du musst gar nicht hier. Na? Du musst gar nicht hier. Ach, alter Junge, was zum Geier, Alter. Dann hören wir da einen blöden Kommentar mal an dir. Ja, ist ja gut. Dann rufen wir die Polizei an. Gut. Ja, dann machen wir schon die Polizei an. Okay. Dann fähig sie raus. Bist du hier der Besitzer, oder? Hä? Das geht dich die Scheiße an. Na, klatsch doch, die Blöde jetzt hier. Alter, nee, sorry. Ich will hier keinen Stress. Also, tut mir leid. Ja, klatsch doch, die Tür. Ja, ich auch. Danke. Nee, ich bin sprachlos gerade. Alter, Junge. Woher kam denn jetzt diese ungebändigte Wut? Ich weiß es nicht. Der ist einfach nur hart an den Kopf und... Nein, 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 nein.